Hallo, ich bin Nadia und ich komme von Freiburg. Und das ist... Und das ist Mari. Hallo! Und das ist... Das war nichts, wir müssen arbeiten. Mach bitte. Das ist gerade hier, die wir gemacht haben. Das haben wir wirklich extra von diesem Moment gemacht. Und das sind alle Orte, die wir schon mal gewesen sind. Und die blauen sind die, die wir zusammen gewesen sind. Und wir lieben es gleich, wir machen so viele Sachen, und so neue Leute kennenlernen. Mega cool. Und es hat eine neue Kategorie extra für Sur.ch. Und es hat die vier Pin-Näderchen, die wir mega gerne mit auf Karten platzieren, in diesem Sommer. Und ich weiss nicht, ob ich das gesehen habe, aber es hat schon ein gelbes. Nächstes Jahr war ich in Lyon. Und es war so cool. Es war wirklich daheim. Darum, wir lieben Sur. Und ich mag dir mega gerne das Prächtikum in diesem Sommer machen. Darum... Votet für uns!